Das geht ja vielleicht ein bisschen geil auf dem Jahr, also aber mal abgelehnt. Naja, das ist klar. Also warten wir fünf Stunden und das ist eine Scheiß-Vorat. Komplatt ist gut. Heute noch. Ja, aber geht schon zehn Uhr. Ja, damit das der Herr ein bisschen tracht. Nein, das ist nicht letztlich, aber das ist kracht.